Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu The Coma ReCut. Ich habe schon gerade, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten aufgenommen, ich blöde Nuss, aber, also eigentlich nicht aufgenommen, sondern ich habe gespielt und dachte ich nehme auf. Aber, das ist gar nicht schlimm, weil ihr habt überhaupt nichts verpasst, denn ich bin nur rumgeirrt, weil ich nicht mehr wusste, wo ich lang zu gehen habe. Das hat sich erledigt, denn als ich gemerkt habe, dass ich gar nicht aufnehme, habe ich nämlich auch den Weg gefunden. Das heißt, wir kommen da jetzt ein bisschen schneller hin. Zu dem Ort, wo wir hin möchten. So. War nämlich hier lang. Moment. Gut, diesen Schreckmoment habt ihr verpasst, weil ich vergessen habe, dass da eine Tante runterfällt. Aber ist nicht schlimm. Äh, denn vielleicht ist das auch die letzte Aufnahme-Session. Es fühlte sich sehr nach Ende an. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt hier. Ich glaube, wir mussten in den... Ich glaube, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen nachdenken. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen nachdenken. Hier. Boah, Secret Door, why the hell? Das kennen wir ja eigentlich alles schon. Deswegen spule ich das ein bisschen vor. Oh, mal gucken, ob ich den Weg noch finde. Oh, viel zu laut. Gucken, ob ich den Weg noch finde. Warum höre ich die Tante gerade? Ah, jetzt. Deswegen habe ich die Tante nicht gehört. Äh, da lang. Achso. Aber ich höre sie gar nicht schreien. Irgendwas. Das ist merkwürdig. Ich weiß gar nicht mehr. Einfach da weiter? Ach, einfach weiter. Es lockt. Ich höre die Tante nicht mehr. Das ist jetzt eher ungeil. Ich habe ein Dings, äh, ein Patch installiert. Ist jetzt wegen dem Patch. Ich weiß jetzt halt nicht, wo sie halt ist. Ne? Ja, von da kam ich ja, ne? Some type of special key. Habe ich ein special key? Vermutlich nicht. Äh. Ach, ich muss den special key, glaube ich, unten finden. Und ... Ist jetzt Abend. Klar. Ja, dann. Ja. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen musste. Vielleicht auch erst mal das Licht aus, ne? Oh, das wollte ich nicht. Dass es einfach immer an dem ersten Ding da startet, das ist so nervig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich nicht mehr an dem Ding da startet, was ich nicht mehr an dem Ding da startet, was ich nicht mehr an dem Ding da startet. Ich will heilen eigentlich irgendwas? Hab ich was zum Heilen? Nee. Das da. Ich will heilen. Ich will heilen. Ich will heilen. Da. Okay. ich weiß schon gar nicht mehr was ich noch sagen soll weil langsam wird es ein bisschen albern ich hoffe ich das jetzt schon machen musste weil ich mir einfach anstelle wieder letzte prob ich Geh ruhig weiter. Nein, nicht dahin. Andere Richtung. Komm schon Mädchen, kooperiere mit mir. Nein, ich bin ja nicht drin. Ah, wirklich. Ich glaube, hier war was zum Speichern. Hier. Nein, hier. Hier. Wenn ich den Käse nicht nochmal alles machen muss, wenn ich jetzt schon wieder sterbe. Ich weiß jetzt nur tatsächlich gar nicht, wo ich hin soll. Das weiß das Spiel scheinbar auch nicht. Oh. Oh. Hm. Hier scheinbar nicht. Habe ich was gegen... Vergiftet sein? Nö, ne? Nö, ist halt ne Bleeding. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin soll. Ah ja, da war gerade ein Pfeil. Au. Alter, ich bin fast tot. Haha, das laden wir mal. Äh... Das ist ja heftig. Dann nochmal hoch. Ich sollte auf die Pfeile achten, die man aber halt auch ganz schwer sieht. Wo soll ich denn hin? Was ist... Was ist mein Objektiv? Ah so, das heißt... Wenn ich gehe jetzt eins hoch... Rüber, runter... War es runter, oder war es hoch? Irgendwas knarzt hier. Ich hab hier Geister. Ah, okay. Also irgendwie da muss ich hin. Keine Ahnung wie. Aua. Hier ist kein Portal drin. Nee, schade. Hör ich sie? Nein. Das war's. Okay, ich kann da mal kurz ran. Oh. A note. Äh. Sleeping evil. Controlling the shade is getting tougher. I feel her strength growing. The school becomes more unstable as she regains lucidity. Lucidity? I need to memorize safe spaces to play the recorder. It's the only way to keep her bound to my command. The school needs remodeling. It's too much... It's so much better under my control. I still want those kids crushed. Sister. Wer ist denn Sister? A coin. Oh, ich kann hier auch nochmal safen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Dann überschreiben wir mal das da. Ich hab immer eine Note und eine Coin gefunden. Super wichtig. Das hätte ich nur ohne die jetzt gemacht. Das ist auch nur ein safe space. Okay. Hör ich sie? Nein. Nein. Das war nicht richtig. Da geht der Pfeil hin. Da geht der Pfeil hin. Nichts. Nichts. Ja, die Bilder sehen doch gut aus. A Note. Nichts. Jaesul's report. Shades. Like Sisyphus, shadows are doomed to repeat the same meaningless tasks over and over. Some manifest with such strong willpower that they become fully self-aware. We call these lucid spirits shades. The shade we call sister is desperately seeking a means to cross into the waking world and must be stopped. Written by she's soul hun. Ein bisschen wesentlich. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie wir heißen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Das Problem ist, ich höre sie nicht, wenn ich hier drin bin. Sie kann jetzt direkt vor der Tür stehen und ich höre es nicht. Das finde ich ein bisschen scheiße. Oh, doch, jetzt höre sie. Es wird leiser. Ja. Es wäre einfacher, wenn es nicht 5 Millionen verschiedene Soundeffekte hier jetzt gäbe. Das macht einen doch wahnsinnig. Soll man sich denn da konzentrieren? Ich suche noch ein paar Notes. Da fehlen ja doch ein paar. Notes. Chisoul report... Melanched spirits. Oder ist Chisoul das Mädchen? Ich glaube, wir hatten einen relativ ähnlichen Namen. Shiva High was built upon a foundation of tragic history and suffering. The school is now home to many melanched spirits. Some possesses eldritch powers and can manipulate the very fabric of the Shadow Realm itself. We should avoid them at all costs. Vers, vers wir? Ich finde noch was zum Speichern toll. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Ich höre die Tante. Hier. Das war's für heute. Ich finde es immer ein bisschen irritierend, wenn der Hall ihrer Schritte einfach so abgeschnitten wird, weil ich ja immer denke, nass die vielleicht dann woanders hin. Es gibt gern echt noch einen Speicherpunkt. Gut, ich werde jetzt vermutlich nach unten müssen. Dann ist die Frage, muss ich dann hoch? Oder muss ich unten weiter und dann wieder zurück nach, also unten nach links einmal komplett durch, dann hoch und dann wieder zurück zur Klasse. Warte mal, habe ich noch irgendwas? Davon habe ich zwei. Das gibt mir noch mal Energy. Verdammt. Aber ich komme auch nicht hoch. Wo muss ich denn hin? Oh, ich kann nochmal safen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Bandage Schokoladebar, dann werde ich aber mal eins, machen wir jetzt hier ja nochmal eine ab. Okay, oder auch nicht. Aua. Aua. Ich sehe hier aber nirgendwo Dings. Noch pfeile. So, und dann könnte ich das da essen. Okay. 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 There's a sticky dark substance inside the bag. Looks like it's moving. Okay. 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 Tendrin. Gives you tomorrow's energy today. Great for after school story store some health. Das wollte ich nicht, um Gottes Willen. Jetzt nicht gesehen, oder? Um Gottes Willen. Wie sehen die denn aus? Sie scheinen es nicht gesehen zu haben, dass ich hier rein bin. Oh, was zum Speichern wäre schön. So ein bisschen Speicherlaune. Au. Das war nicht so geplant. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Locked. 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 Oh, ich kann ja vielleicht nochmal was kaufen. Ähm. Was ist denn gut gegen, gegen den Antidot, aber ich hab hier keins drin, oder? Was ist das da? Tasty spot drinks effect way to rehydrate. Restore some stamina. Sieht leider nicht mehr so nach save spot aus, ne? Tom page existing the coma number zwei to leave the coma. You must usually return to where he or she entered though. This is not always the case. Relics anchor to this point of entry like the eye of a hurricane. This is where the coma's force is weakest from here. Escape is possible with possession of a full relic. Habe ich ein full relic? Ich fürchte es ja nicht. Bandage. Die coin. Ein antidote. Ich brauche ein antidote. Ähm. Oh, ich kann hier nichts nehmen. Ehrlich? Ernsthaft? Jetzt. Ach, ich hab nen antidote. Sehr schön. Nehme ich mir gleich das nächste. Warum geht's jetzt schon wieder nicht? Ich glaub, das ist ein bisschen buggy jetzt seit dem Update. Ich hab das für Energy. Das ist... Können wir... Kann ich einfach rausschmeißen. Ich glaube, ich hätte dann lieber... Niemand noch einen Kaffee. Boah, ich muss ganz dringend auf die Toilette. Da war ich erst bevor ich die Aufnahmen gestartet hab. Ich bin gleich wieder da. Moment. Moment.